Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen heute diesen schönen Relax-Sessel 7522 aus der Serie Zerostress von Himmola und sage Ihnen auch die Vor- und Nachteile dieses Sessels. Nun, die Anmutungsqualität ist hier hochwertig, muss ich sagen. Gut, das ist Plastik, aber wahrscheinlich verschleißfreier und es quietscht nicht. Das sind die Feststellbremsen für den Rücken. Wenn ich das hier aufmache, kann ich mich hier nach hinten lehnen. Dieser Sessel ist im Übrigen in Größe Large. Da sehen Sie, dass meine Füße, meine Beine, ich bin Schwabe, meine Beine gerade so noch auf den Boden kommen und ich bin 1,83 Meter. Ab 1,80 Meter drunter ist dieser Sessel zu groß. Sie haben hier einen Hebel für das Fußteil und dann können Sie, wie gesagt, die Bremsen aufmachen. Und dann kommen Sie nach hinten. Geht nicht. Warum geht das nicht? Weil hier die Bremse zu war. Haben Sie das gemerkt? Jetzt geht es. Aber es geht für mich fast etwas schwer. Gut, ich bin nicht so schwer. Aber, ja, mit dem Hebel ganz einfach. Okay. Sie können das Ding dann natürlich in jeder Position hier feststellen. Also wenn Sie jetzt nicht nach hinten wollen, sitzen Sie sehr gut. Jetzt möchte ich mal nach hinten. So viel. Okay. Mache ich es fest. Und dann mache ich es raus. So geht es am einfachsten. So ist es okay. Dann habe ich hier noch eine... Nein, hier ist keine Verstellung. Nein. Okay. Jetzt versuche ich mal ganz nach hinten zu gehen. Ja, ich muss das anders machen. Ich muss zum erst das hier bedienen und dann das. Dann ist es okay. Und die Feststellbremse brauche ich oder ich brauche sie auch nicht. Fazit. Ein schöner Relax-Sessel in einer tollen Farbe. Auch optisch ansprechend. Technik etwas gewöhnungsbedürftig. Aber solide. Und kann man schon kaufen. Beachten Sie die Größe. Das ist large, wie gesagt. Advertising. Dieses Stück haben wir jetzt als Messestück bei profi-schnapp.de. profi-schnapp.de. Ihr Online-Outlet auch für Relax-Sessel. Oder live hier in 72186 Empfingen. 50 Kilometer südlich Stuttgart. Wann besuchen Sie mich? Dankeschön. Ihr Lutz Reinhardt von profi-schnapp.de. Prü-schnapp. Bis zum nächsten Mal.